Hallo, kennt ihr das auch, dass bei euren Spielsessions irgendwie nach einiger Zeit so manchmal der Wurm reinkommt, dass es unausgesprochene Konflikte gibt, dass Leute sich plötzlich nicht mehr richtig gut vertragen, dass irgendwas Unterschwelliges da ist? Dann habe ich ein paar richtig gute Tipps für euch. Also, wenn ihr wollt, bleibt dran! Hallo, mein Name ist Martin Schröer von d20sounds und ich habe vor kurzem in der Facebook-Gruppe mal gefragt, wer von euch alles Feedback macht. Und tatsächlich waren es eine ganze Menge von Leuten, also die allermeisten haben geschrieben, wir machen Feedback. Und ich bin auch ein großer Fan des Feedbacks. Also man muss das nicht immer machen und nicht überall, aber in so Rollenspielrunden, so ein kleines Feedback am Abend ist eine super Sache, um Streit in Zukunft zu vermeiden oder konstruktiv zu lösen. Und das kann, finde ich, total viel helfen. Und es ist vertrauensaufbauend. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß ja, dass ich ein großer Freund von Vertrauen bin. Was ist eigentlich Feedback? Kurt Lewin hat, glaube ich, in den 50ern oder sowas mit ein paar Leuten, einem größeren Stamm von Leuten, neue Sachen gelernt. Es waren auch Sozialpsychologen dabei und die haben sich abends irgendwie so gegenseitig bewertet, auf eine bestimmte Art und Weise. Und haben festgestellt, dass diese, ich sage jetzt nochmal Bewertung, wir wissen ja schon, dass es eigentlich Feedback ist, in den einzelnen Menschen total viel gebracht hat. Also Feedback ist was, was einen vorantreiben soll, was einen, oder nicht vorantreiben soll, was einen voranbringen soll. Ich denke über Feedback immer so ein bisschen nach, als ob es ein Geschenk ist. Ein Geschenk, was ich jemandem gebe, damit er sich weiterentwickeln kann, damit er vielleicht eine schlechte Eigenschaft durchblickt und abbauen kann oder eine gute weiter ausbauen kann. Das alles kann Feedback sein. In eurer Rollenspielrunde hilft euch das wahrscheinlich am ehesten, wenn ihr eurem Spielleiter Feedback gebt, was hat euch heute Abend besonders gut gefallen. Oder wenn ihr einem Spieler, der vielleicht schüchtern ist, mal ein Feedback gebt und sagt, hey, das hast du heute Abend super gespielt, das ist jetzt doch alles unkonkret. Ich merke aber immer, dass die meisten Leute noch gar nicht genau wissen, wie richtiges Feedback funktioniert. Und für die Nerds unter uns und für mich als Bachelor der Psychologie und als Coach ist es wichtig, dass so bestimmte Sachen eingehalten werden, damit es auch richtig gut funktioniert. Und die möchte ich euch jetzt erzählen. Also leider ist manchmal Feedback so ein bisschen in Verruf geraten, weil manche Leute es auch benutzen, um zu meckern oder nicht zu meckern. Ich zeige euch jetzt ein paar Sachen, wie es gut geht. Und der erste Punkt ist, wenn ihr Feedback geben wollt, dann fragt doch bitte, ob der andere Feedback haben möchte. Also möchtest du Feedback haben, ist was anderes, als denjenigen mit dem Feedback zu überfallen. Vielleicht hat er den schlechten Abend, ist nicht super gut drauf und es ist ihm zu viel, jetzt Feedback zu bekommen. Und dann ist es super, wenn man vorher gefragt hat und nicht einfach mit dem Ding auf den Tisch kommt, mit dem Kommentar, den man hat, und er davon überfallen wird. Zweitens ist es sehr wichtig, für gute Atmosphäre zu sorgen. Gerade wenn die Zeichen auf Kritik stehen, also wenn es um etwas Schwierigeres geht, was jemand anderen vielleicht auf eine gewisse Art verletzen könnte, dann versucht vorher, für eine gute Atmosphäre zu sorgen, dann wird derjenige aufnahmefähiger und es kommt vielleicht eher an, was ihr zu sagen habt. Drittens, gutes Feedback ist gut strukturiert und sachlich richtig. Also vermeidet solche Ausgaben, sagen wie, heute Abend war es irgendwie nicht so cool. Das ist total schwammig und es bringt einem auch nichts. Überlegt doch mal selbst, welches Feedback ihr gerne hättet, wenn es um so einen Abend geht. Soll es so etwas ganz Konkretes sein, wie an der einen Stelle, als du deinen Baden ausgespielt hast und ihr mit den Stadtwachen gesprochen hast, dann war es richtig cool. Dann bist du irgendwie so aus dir rausgegangen und auch wie du mit denen gesprochen hast, da warst du voll im Charakter drin. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist doch jetzt mal ein Feedback, wo derjenige sofort was mit anfangen kann. Und selbst wenn es ein negatives Feedback ist, wie, ja, heute Abend war es irgendwie nicht so cool, kann man das auch gut sagen. Also, mich hat heute Abend zum Beispiel gestört, dass wir sehr viel gekämpft haben. Oder mich hat es gestört, dass wir zu wenig gekämpft haben. Ich hätte gerne mehr Kämpfe. Sagt ganz klar, was ihr euch wünscht. Oder heute haben Dominik und Peter total viel Spotlight gehabt und also ehrlich, mir war heute ein bisschen langweilig zwischendurch, weil ich überhaupt nicht so richtig reingekommen bin, weil der Fokus nur auf den beiden lag. Das darf man sagen, finde ich. Viertens, der Feedbackgeber, also derjenige, der, ich sage jetzt nochmal, die Kritik ausübt sozusagen, sendet ich Botschaften. Also, ich fand. Ganz schlimm ist es, wenn man es so macht, dass man sagt, ja, man sollte oder irgendwie war es. Also, mir hat nicht gefallen, dass wir das so und so gemacht haben. Ist eine Aussage, die kann so stehen bleiben. Da kann jemand, der nicht deiner Meinung ist, auch immer noch sagen, okay, ich merke, es war deine Meinung und meine Meinung darf anders sein, aber es war gut, deine Meinung gehört zu haben, weil ich sehe, dass du an der Stelle das anders wahrgenommen hast als ich. Also, man kann Diskrepanzen abgleichen zum Beispiel. Fünftens, passt bitte auf, dass das Feedback in irgendwie kleinen Portionen abläuft. Manchmal möchte man zu viel auf einmal und erstens wird es dann schwieriger, sich alles zu merken. Und ihr wollt ja auch, wenn ihr was sagt, haben, dass es wirkungsvoll ist. Und zweitens wird es dann auch manchmal ein bisschen viel und der andere fühlt sich von eurer Kritik oder von eurem Feedback überfahren und zieht sich zurück und kriegt gar nicht mehr so viel mit. Also, kleine Portionen, ganz wichtig. Sechstens, das Feedback sollte im Idealfall, nein, auf jeden Fall, eine Verhaltensweise betreffen, die derjenige, der das Feedback annimmt, auch wirklich ändern kann. Es macht keinen Sinn, jemanden in eine ausweglose Situation zu bringen. Also, überlegt euch, was er wirklich ändern kann. Also, um nochmal auf das Beispiel mit den Kämpfen zurückzukommen, man kann es sehr leicht ändern, ob es viele oder wenig Kämpfe gibt. Ob das dann jemand ändern will, kann er immer noch entscheiden. Aber die Möglichkeit besteht. Siebtens, wichtig ist auch, sich Feedback zu geben, wenn es richtig gut war. Ich sage nochmal, Verhaltenstherapie, positives Bestärken, das kann man wirklich mit einem guten Feedback machen. Wenn jemand weiß, was für den anderen sich gut anfühlt oder was richtig ist, ist er auch viel mehr bereit, das zu machen. Ja, also, wenn ihr sagt, heute Abend war es richtig gut, an der einen Stelle, deine Beschreibung war total klasse und das hat mich wirklich total mitgenommen. Dann weiß jemand, oh, ich habe irgendwas richtig gemacht und das mache ich doch als motivierter Spielleiter total gerne, irgendwas richtig machen, was meinen Spielern hilft, wirklich immersiv in das Spiel einzutauchen. Achtens. Also, unterlasst auf jeden Fall so moralische Aspekte. Auch so Sätze, die mit man sollte unbedingt oder im Rollenspiel sollte nie, ja, also diese ungeschriebenen Gesetze, die manche von euch vielleicht manchmal im Kopf haben, die machen jemand, der andere Gesetze im Kopf haben, machen sie es sehr schwer. Also, macht nicht so etwas Moralisches draus, sondern sagt einfach, mir hat das und das nicht gefallen und nicht, man sollte es grundsätzlich nicht machen. Das macht es wirklich sehr schwierig. Wie nimmt man jetzt Feedback an? Also, als Feedbacknehmer hat man ja eher so den passiven Teil. Man kriegt was gesagt und eigentlich sollte man auch nicht so viel sagen. Man kann sich nachher für ein Feedback bedanken, selbst wenn es vielleicht im ersten Moment ein negatives Feedback war. Man sollte sich auch bedanken, weil, überlegt bitte, wenn jemand versucht, euch ein richtiges Feedback zu geben, es ist ein Geschenk, wie ich schon gesagt habe. Aber für Geschenke bedankt man sich. Das andere ist, auf keinen Fall diskutiert das. Ja, ihr könnt nachfragen, ob ihr ein Feedback richtig verstanden habt. Also, habe ich richtig verstanden, dass diese eine Stelle dir nicht so gut gefallen hat, dass es dir zu gruselig war? Oder was meinst du? Dann kann derjenige nochmal verifizieren, was er gesagt hat oder nochmal genauer erklären, was er gemeint hat und so kommt das Feedback auch gut an. Das ist gut, aber sag bitte nicht sowas wie, ja, da stimme ich dir zu oder nee, das sehe ich ganz anders oder das ist mir jetzt gerade ein bisschen doof hier. Also, das bringt nichts. Bedankt euch für das Feedback, stellt Fragen, um zu klären, das Inhaltliche zu klären, dass ihr wirklich auch richtig gut verstanden habt, worum es geht und lasst den Rest sein. Ihr müsst euch nicht verteidigen oder rechtfertigen oder sonst irgendwas. Das ist nicht nötig. Das gehört nicht zu einem Feedback. Es ist nicht üblich, auch sich für ein Feedback zu entschuldigen. Das ist nicht nötig. Also, ihr braucht euch nicht zu entschuldigen oder solltet ihr auch nicht. Das ist nicht üblich und es ist auch gut so, dass es nicht üblich geht, weil es schildert ja nur die Meinung eines Menschen, wie er euch gerade in einer gewissen Situation wahrgenommen hat. und wenn das Feedback gut gemacht ist, sollte es euch auch gar nicht dazu bringen, euch entschuldigen zu wollen oder rechtfertigen zu wollen. Okay, was ihr aber machen könnt, ist, ihr könnt euch überlegen, ob ihr das Feedback annehmen wollt oder auch nicht. Ist ja klar. Manchmal denkt man ein bisschen länger darüber nach, manchmal lohnt es sich wirklich auch, darüber nachzudenken und manchmal ist es sofort eindeutig, dass es ein tolles Feedback war oder dass es für einen überhaupt nicht passt. Ja, also wenn jemand seinem Spielleiter sagt, also ich fände es super, wenn du mehr mit deiner Stimme arbeiten würdest und die NPCs viel exakter in verschiedene Richtungen bringst und man einem selbst ist das unangenehm, dann muss man das auch nicht machen. Eine Idee habe ich noch dazu und zwar, also ich finde es manchmal sehr gut nach Feedback zu fragen. Eigentlich bin ich jemand, der oft nach Feedback fragt, weil gerade in Fällen, wo ich unsicher bin, wie es bei jemandem angekommen ist, möchte ich gerne wissen, wie es passiert ist, gerade beim Rollenspiel. Also war euch die Stelle gerade zu spannend oder war es okay oder ich habe heute was Neues ausprobiert. Habt ihr das gemerkt? Ist es bei euch angekommen? Manchmal muss man dazu sagen, was es war, weil es im ersten Moment nicht sofort klingelt. Also ich habe heute die Kämpfe detailreicher beschrieben. Wie war das für euch? Ach ja, stimmt ja. Nee, das war gut. Ich fand die Kämpfe heute richtig gut. Ja, ihr merkt schon. Das ist, es fühlt sich auch gut an, danach zu fragen. Auch wenn man unsicher ist. Selbst wenn jemand sagt, ja, aber wir haben total lange gebraucht für den Kampf und es irgendwie war mir das zu viel und es war mir zu blutet und ich fand es ekelhaft. Dann wisst ihr aber, wo derjenige steht. Ja, und vielleicht gibt es eine gute Lösung dazwischen. Also, fragt danach. Ich kann da nur zu raten. Das ist eine gute Sache. Dann gab es noch zwei Tipps aus der Community, die mir sehr gut gefallen haben. Und zwar, man bespricht am Abend, welcher Spieler Inspiration für irgendeine Sache bekommt. Also, wenn jemand total super Rollenspiel gemacht hat oder eine total tolle Idee für eine Aktion hatte, dann bespricht man untereinander, dass jeder in der Gruppe einen Punkt vergeben kann, zum Beispiel, wer den Punkt kriegt und wofür. Das könnte zum Beispiel eine Inspiration sein bei D&D oder ein Heldenpunkt bei Pathfinder oder sonst irgendwas. Also irgendwas, was was Positives ist. Für tolles Rollenspiel, für tolle Ideen, für irgendwas Wahnsinniges. Was ich auch ganz wichtig finde ist, wenn man, das war auch ein Tipp von euch, wenn man in einer Runde ist und jemand bringt sich selbst in eine schlechte Lage, nicht die Gruppe, sich selbst in eine schlechte Lage, dadurch, dass er seinen Charakter kohärent ausspielt. Dann, finde ich, ist das auch einen Punkt wert und denkt darüber nach, das bei so einer Feedbackrunde auch mal zu erwähnen. Zum Abschluss habe ich noch eine Feedback-Idee für euch, die ich mitgeben möchte. Die habe ich damals von meinem Coach-Trainer bekommen und die finde ich total gut und wende die auch sehr gerne an, weil die ist kurz und knackig und aber hat viele Facetten und die funktioniert mit der Hand, mit unseren fünf Fingern und zwar das war top. Also beschreibt, was euch an dem Abend für euch top war. Zum Beispiel Sebastian hat super gut seinen Charakter ausgespielt. Zeigt mit dem Zeigefinger irgendwie, darauf wollt ihr hinweisen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir heute Abend wieder ein bisschen besser geworden sind, dass wir sehr immersiv waren. Im Mittelpunkt, der Mittelfinger, ich zeige euch den jetzt nicht, sagt, das stand für mich im Mittelpunkt. Für mich im Mittelpunkt stand, dass wir heute viel gelacht haben, dass wir Spaß hatten. Der Schmuckstück, der Ringfinger, da sitzt ja der Schmuck normalerweise, sagt, was war mein Schmuckstück heute? Also, mein Schmuckstück war diese tolle Szene, wo Philipp irgendwie mit Ralf zusammen oder mit Juli zusammen diese eine Besprechung hatte und die waren beide total drin. Und es war total super. Und es gibt noch den kleinen Finger, was ist mir heute zu kurz gekommen? Da könnt ihr Sachen sagen wie, ja, mir ist heute zu kurz gekommen, dass wir gelacht haben oder dass zwischendrin mal irgendwie ein paar Sachen erzählt wurden oder aber auch, mir ist zu kurz gekommen, wir haben gar nicht gekämpft und also einen Kampf muss ich haben oder irgendwas anderes, irgendwas, was euch gefehlt hat im Abend. Traut euch wirklich mal, diese Methode anzuwenden. Ich sage es, ich wiederhole es noch einmal, das war top, der Daumen, Zeigefinger, darauf möchte ich hinweisen, der Mittelfinger, das stand für mich im Mittelpunkt, der Ringfinger, das war mein Schmuckstück und der kleine Finger, das ist für mich zu kurz gekommen. Und das ist eine super Methode, da kann man ratzfatz eben durchgehen. Ihr müsst auch nicht jeden Finger sagen, manchmal sind zwei Finger auch für das Gleiche da, also Mittelfinger, unser Humor stand für mich im Mittelpunkt, Ringfinger, mein Schmuckstück, war der viele Humor, dass wir viel gelacht haben. Passt auch. Es kommt nicht so genau darauf an. Wichtig ist es so, dass man alle Aspekte eines Feedbacks mal besprochen hat und so ein bisschen Spaß damit hat. So, jetzt bin ich ganz gespannt. Schreibt mal runter, ob euch das was gebracht hat, ob ihr vielleicht überlegt, das Feedback bei euch zu verändern aufgrund des Videos und ich freue mich über eure Kommentare und wenn es euch wirklich gut gefallen hat, dann teilt es doch mit ein paar Leuten und lasst ein Abo da. Bis dahin. Macht's gut, euer Martin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.